Guten Morgen. Es ist wieder ein Monat vorbei und ich mach mich nackig was meine Einnahmen angeht und wie es mit dem Projekt Rogana möchte die Welt verbessern und davon auch leben können aussieht. Die Menschen fragen sich oft warum machst Du Deine Einnahmen eigentlich öffentlich? Weil ich der Meinung bin, nur 100%ige Transparenz und Offenheit bringt die Menschen nach vorne. Auch deshalb habe ich jetzt zusammen mit der Hanna einen Kanal über Sexualität eröffnet, wo wir beide genauso offen über die Dinge reden wie sie sind, wie sie zwar real sind, aber wie sie eben oft keiner anspricht oder sie sich nicht getraut anzusprechen oder das nicht möchte. Und ich bin es eben auch leid wenn die Menschen über Sexualität genauso wenig offen reden wie über das Geld oder andere Dinge die durchaus eine Bedeutung haben und die durchaus auch unser Verhalten in der Realität in unserer Umwelt auch motivieren und auch steuern und deswegen bin ich für eine 100%ige Transparenz weil man dann einfach besser von anderen und auch für sich selber lernen kann. Viele sind ja nicht mal ehrlich zu sich selber und reden nicht mit sich selber über die Dinge wie zum Beispiel Sexualität sondern verdrängen die einfach. Wir leben in einer Informationsgesellschaft. Also lasst uns ehrlich über die eigenen Erfahrungen informieren und aufhören irgendwelche Theorien aus dem Untergrund der anonymen Masse als Diskussionsgrundlage zu nehmen. Lasst uns echt sein und uns tolerieren. Egal wie unterschiedlich wir sind. Menschen müssen konfrontiert werden mit dem was ist und nicht irgendeiner manipulierten Scheinwelt oder nur dem was man selber sehen will und nur wenn man selber authentisch ist, hat man eine Chance das Leben tatsächlich zu leben und dies eben dann auch weiterzugeben an andere und nicht nur eine eingebildete oder zwanghaft zusammengeschusterte Weltanschauung zu vertreten. Ich lebe zu 100% offen und liebe alle Menschen und wie kann ich dann ernsthaft dieses rechtfertigen wenn ich dem Finanzamt meine Einnahmen ja sowieso mitteile, also warum nicht auch den Menschen die ich liebe. Von daher gibt es einmal im Monat und auch das solange es diesen Kanal gibt meine Einnahmen ganz offen. Sie setzen sich diesen Monat aus Affiliate Einnahmen, Einnahmen der Gespräche, Patron Einnahmen und Youtube Werbeeinnahmen zusammen. Auch exakt in dieser Reihenfolge. Der Smoothieman ist nun quasi endgültig ein reines Hobby geworden und auch das möchte ich explizit nicht verheimlichen. Ebenso wie die Grundidee dieses Kanals mit dem was ich gerne tue auch meine Existenz zu sichern war die Idee des Smoothiemans konzipiert. Aber viele Eltern geben den Kindern eben kein Euro für einen gesunden Smoothie in der Schule mit und auch aufgrund der Tatsache dass ich gerade diesen Kindern dann trotzdem auch einen kleinen Becher geben möchte, weil scheinbar ihre Eltern nicht die Notwendigkeit einer gesunden Ernährung kennen und die Kinder wenigstens sich an das tolle vitalisierende und gesunde Getränke erinnern sollen wenn sie abends wieder ihr Schnitzel vorgesetzt bekommen, generiere ich dadurch eben keine großen Einnahmen mehr durch den Smoothieman und fällt als Einnahmequelle weg. Auch an der Affiliate Front sind in diesem Monat die Einnahmen etwas zurückgegangen, was ich aber gar nicht mal so negativ interpretieren kann, da ich impliziere dass die Menschen sich weniger kaufen und damit den Konsum sinnvoller gestalten. Und dazu halte ich ja in meinen Videos insbesondere den Produktrezensionen ja auch an, sich wirklich genau bewusst zu machen was man braucht und sich dann bestmöglich zu informieren und dann erst das Geld auszugeben. Aber natürlich trotzdem ein fettes Dankeschön wenn ihr ausgehend von diesem Ablauf und auch meinen Empfehlungen hier bei Youtube oder Links auf meiner Homepage oder generell Reflings von mir euren Einkauf beginnt. Das ist nach wie vor der größte Posten meiner Einnahmen. Dann die Gespräche, das Prinzip der freiwilligen Bezahlung habe ich ja eingeführt bei den Gesprächen und das hat sich auch bei mir komplett etabliert und ich möchte da auch nicht wieder zurück. Und da gibt es, das kann ich jetzt so als erstes Feedback sagen, eine interessante Tendenz. Aber das bitte wirklich nur als Tendenz nehmen, also tendenziell wenn ich das Gefühl hatte in dem Gespräch viel helfen zu können und sehr viel Potential zur Verbesserung der entsprechenden Lebenssituation aufgedeckt zu haben, da waren die freiwilligen Beträge eher gering. Und wenn ich überhaupt gar nicht den Eindruck hatte besonders viel geholfen zu haben, dann waren die freiwilligen Beträge plötzlich recht hoch, also die man mir danach gezahlt hat. Natürlich habe ich mir da meine Gedanken gemacht, warum das so sein kann und ich habe einfach mal die Theorie aufgestellt und da möchte ich mit Euch gemeinsam dann auch gerne darüber diskutieren in den Kommentaren, dass die Menschen irgendwie auch in einem Coaching oder Gespräch wo sie neue Inspirationen und neue Informationen haben möchten, tendenziell doch lieber das hören möchten was sie schon in ihrem Mindset haben und wo sie sich eher bestätigt fühlen und das ihnen diese Bestätigung dann eben mehr wert ist als eine neue Inspiration. Und andersrum natürlich auch wenn man ihnen viele Gedanken und Erfahrungen mitteilt die sich nicht mit ihren decken, dass man das eher weniger als Hilfe begreift. Dann gibt es natürlich auch ganz normale Tendenzen innerhalb dieser freiwilligen Bezahlung, dass Menschen die z.B. weniger Geld zur Verfügung haben eben auch weniger bezahlen. Alles in allem bin ich aber sehr zufrieden mit der Umstellung auf eine freie Bezahlung und kann es jedem nur empfehlen. Es entspannt die ganze Situation der Gespräche auch wirklich deutlich und das Geld wird entsprechend wirklich einfach zu einem adäquateren Energieausgleich. Davon abgesehen ist diese Freiwilligkeit ja auch die Grundlage meiner Vision einer neuen Menschheit. Kein Zwang zu haben, gerne geben und liebevoller Toleranz und wenn sich das widerspiegelt in meinem beruflichen Alltag dann ist es einfach die Perfektion, dann lebe ich die Vision in dem Moment. Auch die Anzahl meiner Patrone ist im Mai auch wieder gestiegen und zwar um 5. Also Patrone sind diejenigen die mich monatlich mit einem freiwillig gewählten Geldbetrag unterstützen. Die neuen Patrone sind diesmal der Sascha, der Christian, der Calvin, der Ralf und der Martin. Aber nicht nur per Patreon wurde ich unterstützt, sondern auch durch einmalige Beträge, entweder ganz Oldschool durch einen Brief oder per Paypal. Da auch ein fettes Danke an Thomas und Marita, Christine, Chrissy, Lydia, Saskia und Stefan. Diese Menschen sehe ich nicht weniger als meine Patrone an, als die die mich über diese Patronenwebseite dauerhaft unterstützen, als einfach nur ein Tool was das ein bisschen einfacher macht für die Menschen, da sie eben nicht einen Brief schicken müssen, sondern ihr einfach sagen ja monatlich 1$, 10$, je nachdem was derjenige für ein Gefühl hat wird überwiesen an Christian und damit möchte ich ihn unterstützen. Als letztes die Werbeeinnahmen von Youtube, das bedeutet wenn ihr den Spot der vor den Videos kommt, mindestens 15 Sekunden oder zu Ende schaut oder darauf klickt, bekomme ich einen Betrag von den Unternehmen die für diese Werbung bezahlt haben. Genauso wie für diese Werbebanner die manchmal klickbar sind. Also wenn ihr da draufklickt bekommt Youtube und ich bekomme von dem Werbebudget der Unternehmen jeweils einen Teil. Also einfach mal Danke an alle die sich durch mich inspiriert oder informiert genug fühlen um mich zu unterstützen. Dazu zählen neben den finanziellen Aspekten aber natürlich auch diejenigen die mir ihr Feedback hinterlassen und damit diese Dynamik zwischen uns auch gestalten so wie sie ist. Also ich bin der Meinung wir haben auf unserem Kanal eine ziemlich eigene Dynamik. Gerade wenn ich die Kommentare auf anderen Kanälen lese sehe ich bei uns. Das sagt mir wenn ihr das anders empfindet. Es ist natürlich leicht zu sagen. Hey das ist genau wie mein Produkt ist das beste. Mein Youtube Kanal ist das beste. Mein Fotz riecht am besten und so weiter. Ich tue ja auch da einiges dafür und ich versuche da auch dieses Niveau was wir haben auch zu halten und zu intensivieren eine persönliche Bindung aufzubauen. Trotz dessen dass ich von vielen ja nur den Nick kenne. Und entsprechend dann ein fettes Danke an diejenigen die auch immer ein Feedback hinterlassen. Wenn ihr ein Feedback habt und ihr seid mal nicht meiner Meinung dann schreibt mir das in die Kommentare. Oder wenn ihr nicht die Zeit habt dann einfach Daumen runter. Ich bin ja nicht böse. Ich nehme das auch ab 3-4 Daumen. Nehme ich das auch ernst. Also ich sehe ok da habe ich jetzt Unverständnis geweckt oder da resümiere ich das Video nochmal. Was habe ich gesagt und sage was ich gesagt habe war erstmal logisch stringent. Also die Argumentation. Und dann ausgehend der kritischen Kommentare die ich sehe rekapituliere ich auch das Video und entwickle mich selber weiter reflektiere mich. Es ist ganz häufig passiert dass ich ein Kommentar von Euch gemerkt habe dass ich in dem Video zu weit gegangen bin. oder nicht weit genug gegangen bin. Und dann ist es natürlich am Besten wenn ihr euch die Zeit in den Kommentaren nehmt. und gerade insbesondere bei Kritik und da lerne ich einfach am meisten davon. Und da können wir dann auch diese Dynamik besser leben mit diesem hin und her. das kann ich auf Eure Sachen wieder eingehen und kann diese in anderen Videos wieder rausgeben. und sagen okay die und die Gedanken habe ich mir damals gemacht. Da habe ich mich entwickelt oder da habe ich mich nicht entwickelt. Oder Inspiration von Euch. Also die Erweiterung der Themenbereiche. Dass ihr sagt hey hast du da und da mal. Also das Thema ist ja ganz interessant aber hast du da schon mal geguckt. Da könnte man ja noch das und das machen. Und das ist dann wieder ein neuer Input und so weiter. Und so tun wir wie gesagt in einer gemeinsamen Dynamik. Uns gegenseitig befruchten. Viele lachen bei dem Begriff. Ich weiß das. Aber es ist einfach so ne. Also insbesondere wegen meiner sexuellen Affinität. Aber es ist wirklich so. Wir befruchten uns gegenseitig. Geistig vor allem. Vor allem. Ja eigentlich nur. Ja. Entsprechend ja ich liebe diese Dynamik. Und ohne die Kommentare. Ich wüsste gar nicht ob ich einen Youtube Kanal machen könnte. Also das ist mir total wichtig. Das wollte ich Euch nochmal sagen. Das ist total wichtig wenn ihr was hinschreibt. Wenn ihr euch freut und sonst was. Wenn ich Euren Kommentar mal nicht beantworten würde, dann ist diese Funktion ausgestellt. Das heißt dass man auf Euren Kommentar nicht antworten kann. Wenn man auf Euren Kommentar antworten kann, beantworte ich jeden Kommentar. Also das ist nach wie vor so. Ich beantworte jeden Kommentar. Wenn jetzt einer 3 oder 4 Kommentare schreibt, kann es auch sein dass ich demjenigen das zusammenfasse auf einen Kommentar antworte. Aber das ist mir halt eben wichtig. Das ist auch dieser Respekt den ich vor Menschen habe. Wenn jemand sich die Zeit nimmt das was ich sage anzuhören, dann möchte ich mir auch die Zeit nehmen wenn er kommentiert hat darauf auch wieder einzugehen. Ich will die Zeit von Euch und von mir nicht verschwenden. Aber ihr könnt Euch sicher sein ich lese jeden Kommentar und wenn ich einfach nichts zu sagen habe dann versuche ich auch einfach nichts zu sagen. außer dass ich Eure Meinung zur Kenntnis nehme und da auch nicht sinnlos rumdiskutiere. Also ihr könnt Euch sicher sein ich lese jeden Kommentar und ich beantworte auch jeden Kommentar. Wenn auch dann eben nur vielleicht relativ kurz manchmal. Da habe ich selber auch ein komisches Gefühl wenn jemand so viel schreibt und ich aber dazu eigentlich gar nichts sagen kann. Weil es ist interessant. Danke für Deine Meinung. Das ist ernst gemeint. Viele fühlen das so ein bisschen als Abwirkung. Danke für Deine Meinung. Aber manchmal gibt es einfach nichts dazu zu sagen. Warum soll ich mir dann aus dem Finger irgendwas ziehen. Meistens ist es eine Wiederholung vom Video. Nun die konkrete Zahl der Einnahmen im Mai. Die Einnahmen im Mai waren 339€. Damit etwas weniger als die vorherigen Monate. Was aber eben von dem Rückgang der Affiliate Einnahmen herrührt und entsprechend von mir wie eben auch gesagt auch mit einem lachenden Auge gesehen wird. Denn alle anderen Einnahmen sind gestiegen. Im nächsten Monat wird eventuell schon eine weitere Einnahmesquelle dazukommen. Da ich nun endlich mein Buch zur Hartz 4 Challenge fertiggestellt habe. Auch wenn es ja mal ausgehend von der Hartz 4 Challenge gewesen ist, möchte ich in diesem Buch auch ganz allgemein zeigen wie preiswert vegane und vollwertige Ernährung sein kann. Und anhand der 30 Tage die ich von 140€ gelebt habe konkret zeigen was ich jeden Tag verbraucht habe, wie jeden Tag die Nährstoffbilanz ausgesehen hat, welche Gerichte und wie ich diese aus den Lebensmitteln hergestellt habe und auch über das Tagebuch hinaus Tipps und auch durchaus etwas kontroversere Inspirationen geben um eine Armut auch wirklich als Chance zu sehen. Das Buch wird gerade von 4 Freunden lektoriert und wenn es fertig ist nacheinander freue ich mich ganz neutral und unbefangen meine Rezension zu diesem Buch zum Besten zu geben. Das ist natürlich Unsinn. Ich werde eine Werbeverkaufsveranstaltung vom Feinsten zelebrieren. Bei den Buchtiteln bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Der Arbeitstitel zur Zeit ist vegane, genussvolle und vollwertige Ernährung am Existenzminimum oder Hartz 4 und die Gesundheit gehören Dir. Ich bin aber auch dafür Vorschläge offen. Passend zum Buch als letztes noch ein Wort zu dem 100€ Monatsbudget die ich derzeit habe für Essen und Trinken. Ich habe jetzt nicht ganz geschafft das Budget zu halten, sondern ich bin bei knapp 140€ gelandet. Wie quasi auch in der Hartz 4 Challenge. Allerdings gab es da einiges an kultischen Leckerbissen wie Mangos en masse oder eben auch immer noch sehr viel Biogemüse und Obst. Da werde ich im nächsten Monat noch etwas mehr anziehen. Aber der Sommer steht vor der Tür und der Garten wird mir dabei sicher helfen. So ich hoffe ihr fühlt Euch informiert wie es so finanziell bei mir aussieht. Sexuell werdet ihr auf meinem neuen Kanal auf dem Laufenden gehalten und wer noch eine Leibesvisite bei mir durchführen möchte um auch das letzte Detail meines Lebens zu erfahren, dann macht ihr einen persönlichen Termin bei mir. Ich wünsche Euch nach alles Gute und nochmal danke für Euren Support und egal auf welche Weise. Aber genau diese gemeinsame Dynamik, dieses gegenseitige Geben und Nehmen ist ein Teil einer neuen geistigen Evolution wo wir alle unseren Beitrag in unserem Umfeld leisten. Also nicht nur hier auf dem Youtube Kanal sondern dieses Verständnis für das Geben und Nehmen auf dieser freiwilligen Basis das ist das was die Welt voranbringt. Machts gut. Wir sehen uns morgen wieder Euer Christian. Ciao.